Hallo liebe Astronautinnen und Weltraumbummler, herzlich willkommen zu Tuxviz, dem Kanal für deinen Seelenheil, ach ne, dem Kanal um Linux zu lernen. Ich heiße Leo und ich heiße euch herzlich willkommen. Aber zunächst möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Als ich ungefähr zwölf Jahre alt war, sind wir mit meinen Eltern nach Südtirol in den Urlaub gefahren und am regnerischen Nachmittag sind wir dann durch Bozen gebummelt. Irgendwann kamen wir dann an der Papeterie vorbei. Das ist so ein Geschäft, wo sie Ordner verkaufen und Stifte und so ein Zeus. In der Ecke hatten sie aber auch Computerkram. Und dann kam so ein junger Verkäufer auf mich zu und sagte, hey, ich hab da vielleicht was für dich. Ich so, hm, was denn? Und dann hat er eine Schublade aufgemacht und die war voll mit Amiga-Diskitten. Hunderte von raubkopierten Amiga-Spielen. Und mir gingen natürlich die Augen auf. Wer noch ein Amiga kennt oder vielleicht früher selber gerne am Amiga gespielt hat, schreibt mir doch bitte in die Kommentare. Und er sagte dann auf jeden Fall irgendwann zu mir, ja, wenn du eine Diskette haben willst, kannst du haben, kostet eine Mark oder so und so viel Dior. Und ich hab mich eingedeckt mit Amiga-Disketten. Und als ich dann zu Hause ankam, hab ich die mit meinen Freundinnen und Freunden geteilt und die Spiele ausprobiert. Und genau dieses Gefühl, was Neues zu entdecken, auszuprobieren, das möchte ich hier mit euch haben. Natürlich nicht mit raubkopierten Amiga-Spielen, sondern mit dem freien Betriebssystem Linux, was du jederzeit kostenlos herunterladen kannst. Ich zeige dir, wie du es benutzen kannst, von der Kommandozeile bis zum Desktop. Und ich erkläre dir sogar, wie du einen Server einrichten kannst. Sei dabei, klick noch heute auf Subscribe und werde Teil der TUC-Swiss-Community.